Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die lilanen und orangenen Jogger bekommt. Ja, zudem bekommt ihr auch noch den lilanen und orangenen Helm dazu. Ja, ist auch eigentlich ganz einfach und geht auch schnell. Ihr braucht dafür einfach nur einen Job. Den Job werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und dann braucht ihr noch die Hilfe von einem Freund. Und ja, dann geht einfach mal in die Jobliste rein und startet einmal den Job und ladet einmal den Freund ein. So, seid ihr dann im Job drin mit dem Freund, dann startet einfach den Job und stellt einfach... Ja, im Job müsst ihr dann auf eine Runde stellen und dann einfach bereit zum Spielen. Also der Host bekommt immer die Orangene und der Freund immer die Lilane. So, seid ihr gespawnt, geht ihr einfach nur ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auch ins Accessoires und dann einmal die Handschuhe wechseln. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr müsst einfach nur die Handschuhe wechseln und dann könnt ihr ganz einfach den Job über das Handy verlassen. So, in der Open Lobby gespawnt, seht ihr, dass wir mit dem Outfit gespawnt sind. Das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes, ja, wir geben uns einfach zum Bekleidungsladen. So, beim Bekleidungsladen angekommen, gehen wir einfach an die Kasse und tun das Outfit einmal abspeichern. So, haben wir es abgespeichert. Kann ich euch auch gerade mal ganz schnell zeigen, dass da auch nichts verloren geht, dass ihr auch ruhig die Outfits verändern könnt. Ich ziehe einfach mal irgendein random gerade mal ein T-Shirt an, nur um das mal zu demonstrieren, dass da nichts verloren geht. Dann können wir noch einmal hier zu den Schuhen gehen, einmal noch kurz die Schuhe wechseln und ihr seht, ihr könnt das Outfit nach Belieben jetzt umgestalten. Und ja, Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!